Jo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zum Adventskalender Türchen, ich muss kurz aufs Datum schauen, Nummer 8, Alter, Massi ist auch dabei und wir machen heute ein Kill-Duell, jeder wird eine Halbzeit spielen, ihr wisst Bescheid, ein Speed-Kill-Duell auf Crash ist es angesagt, oioioioioi, okay ihr wisst, COD4 ist eigentlich eher Massi sein Game, deshalb werde ich jetzt richtig strugglen müssen, denn es geht auch vor allem um eine Bestrafung Pablos Hundefutter, wir wissen nicht, was wir gleich nehmen werden, weil wir haben ihn die letzten Tage mit Reis ernährt, mit afghanischen deswegen wird es glaube ich nur etwas richtig widerliches geben, er slickt gerade auch richtig hart auf der Couch, Leute, schaut euch das an, schaut mal hier, das slickt, er ist so depp, er ist absolut gesnabelt deswegen, ja, werde ich jetzt auf jeden Fall trotzdem 100% geben, um vielleicht mal, ja, mir das Hundeessen zu ersparen es gibt ja nur diese Cracker, wir müssen die essen ja, schon so eklig, ne? absolut, also die einen Cracker waren richtig eklig, die einen waren lecker ich schwöre, die waren echt lecker, also ich hab acht Stück oder so davon gegessen dann beim Beyblade Video ja, mal gucken, vielleicht muss es jetzt das dritte Mal nicht mehr essen, weil ich hab's ja schon zweimal essen müssen, das Hundefutter okay, komm, eine Halbzeit, let's go alter, sind da viele wo war er? noch einer hinten? boah, ich hab ihn angehittet, ne? noch mit dem Burst warte, ich, ich, es ist oder ne, es war meine Nate wahrscheinlich wo sind die? ich chill mal kurz die müssten eigentlich da hinten kommen ja, die sind alle im Blu nein, fuck okay ja, komm, wir laufen mal runter, komm ja, hier unten ist auch einer ja, jetzt ist er tot, okay, komm okay, Luftschlag schon mal ein ganz guter Anfang ja, ich warte auch, damit ich den Heli safe krieg sind die da alle, oder was? nein, ich hätte einfach sprayen sollen, umstatt die Handgranate zu werfen egal, scheiß drauf, Leute ja, scheiß drauf, scheiß drauf das war echt ein Anfängerfehler eigentlich da oben vielleicht? nein das war hier wow da hab ich einen gestunt das war die erste Handgranate, die connected hat wow alter, was geht hier was gehen hier für Nades, Digga nein, er ist oben mein Gott er hat den räudigsten Spot aller Zeiten okay ganz ruhig, Anton unsere Drohne ist einsatzbereit ist auch ein Mimmel ist weitergelaufen? ja so, da hinten oben komm her er lebt nicht mehr, Teamate hat ihn okay, nice Drohne einer schimmelt noch oben ja, das ist dieser Mimmel der ist aber noch nein ja, den anderen hab ich nicht mehr gekriegt ich hab aber noch Luftschlag das ist schon ok, es läuft schon nicht schlecht ja, ganz schlecht läuft es auch nicht da, 12 Kills so, komm zack ja man, der macht sich gar nichts, ey ist hier einer? rechts in der Hecke, glaub ich ja, rechts in der Hecke draus da ist noch einer das ist ja nicht, oder so, wie du... ja, fuck, den zweiten hab ich leider nicht gekriegt das ist schon hier oben auf dem Fenster links ja, ich weiß ich will doch... komm, hier die? keines Dank connected, verdammt da ist oben niemand, grad sehe ich... nein! ja, jetzt ist er da ein Mittelhaus, weißt du? okay, komm Anton 50 Herrschaftspunkte sind schon rum, Alter das geht ja mal übelst schnell so, wir haben auch grad Double Cap eigentlich wär's schlau, wenn ich die Gegend irgendwie sichern lass boah, aber jetzt ist hier grad gar nichts los, Mann verdammt nein ich seh, ach, ich muss eh gleich Pablos essen absolut mir snacken ja, schon, aber... das bauen sich... als bauen die wieder alle bei arm komm her so, noch einen Luftschlag der muss jetzt eigentlich connecten, wenn die da... nein, 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 ich schaue schon nein du hast dich selber gestrickt was, aber ich hab's... ich hab doch eigentlich komplett ins Ballen gestrickt ach so, lol da ist er teammate da ist noch einer wo ist er? nein, C verdienen wir jetzt da ist er okay, jetzt geht's ein bisschen mehr ab 75, okay, ich brauch jeden Kill, Leute das kann echt hier spannend werden oh, doch, wir sind... nein oh, Mann, Alter, teammates C, 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 C sind echt gut noch einer da äh, Drohne Dradrane wo, wo, wo wo boah, hab ich Glück, dass er mich nicht gesehen hat nein ah, noch einer da fuck nein, Luftschlag ist nicht verfügbar jetzt jawohl komm, holen wir mal da rein okay, langer Weg werden die jetzt kommen hier ganz hinten vielleicht einer Helikopter schön oh, Schuppe hat macht halt immer boah nein stirb doch oh, fuck stirb, stirb oh, nein ja, mir werden noch echt viele Kills geklaut ich shake zwar auch ein bisschen rum ja, aber was ist denn Helikopter unten drinnen hier naja, ich weiß, ich wollte mich oben drehen der 32 habe ich so schlecht das ist auch nicht ja, ist schon gut es wird, glaub ich, spannend nein komm, ein Kill noch man, Alter fuck ja, okay, nicht perfekte Halbzeit aber gucken wir einfach mal was passiert und hier wo ist das Ding ja brauchst du nicht, du mach einfach PSS 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 warte so ich glaub das ist oben ja das ist oben ī komme komm jetzt jetzt okay empfeindlichkeit musst du aufbestellen ajajajaja okay, schauen wir mal 3 32. Ich hole schon mal, dass es lecker liegt. Nein, ich laufe direkt in so eine scheiß Nade. Fuck, 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 fuck. Kein guter Start hier für mich, Leute. Ich habe keinen Bock auf sein Essen. Pablo, warte! Pablo kommt jetzt hier auch schon aus seinem Platz raus. Ich muss mich konzentrieren. Pablo, chill bitte. Pablo, schnell, lecker. Hier, Pablo. Bis jetzt ein Kill. Ein Kill, bis jetzt? Hm, zwei jetzt. Nein, Mann, ich... Ich werde zu essen. Na, Digga, das habe ich auch am Anfang gedacht. Ja, ich kann schon noch aufdrehen, eigentlich. Warte mal. Ich muss einmal hier auf den Spot kommen, dann habe ich eigentlich... So, hier war einer. Der hat aber auch gar niemand. Belastend, Ron. Das ist Pech, ey. Ron, ne? Er ist doch gerade gejoint der Typ, Mann. Digga, wer nennt sein... Sein Sohn Ron, ey. Als Game Attack. Ich habe einen Teammate, der hieß Ron, Digga. Ich schwöre, ja. Ich schwöre mit ihm auf Laden und so. Wie Ron Weasley? Ja, der ist R-R-O-N. Kann man da drauf? Ich glaube nicht. Okay, eins vor Luftschlag, glaube ich. Nein. Das sind alle in diesem Haus. Ich muss hier rein. Was? Ron! Mann, Ron, auf einmal kommt halt Ron aus irgendwo, Mann. Der war, glaube ich, bei dir nicht, oder? Der ist jetzt, ja, der ist jetzt gekommen, dieser Ron. Egal, scheiß auf Ron. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ne, ich hole mir nicht B, das wäre ja dumm. Oben? Hey, Digga! Mann, er ist absolut mein Kryptonite gerade, Mann. Du weißt, du kriegst ja nicht mal den einen Kill, dann. Fuck, Alter. Ich habe drei Kills oder so. Acht hast du, acht. Ja, Ron, Ron, Ron. Das ist genau wie mit Ding, Alter. Ich packe ihn ins Thumbnail, Digga. Das war wie mit Carsten einmal. Da ist irgend so ein Typ gejoint bei mir in Freefall. Der hat mir so mein Leben gefickt. Das ist genau wie du sowas. Ich packe uns beide ins Thumbnail und Ron einfach noch so richtig sinnlos. Wegen dieser Szene jetzt. Mann, komm, bitte. Da hinten ist er sich. Ja, ich weiß, ja. Noch einer? Boah, schön. Noch einer? Alter, was geht da? Oh mein Gott, du kannst ab so sechs Mann Feet machen, Digga. Noch einer? Boah, der könnte auch schappern. Ich glaube, einer spawnt das safe noch. Naja, B jetzt. Können Überblick mehr. Das ist jetzt die Frage, spielt man safe auf dem Heli oder geht man auf? Bitte, Ron, oder? Ja, Ron, klar wäre denn sonst. Wo ist der Typ? Ich will die Scheiße nicht essen, Mann. Was jetzt hier noch nie probiert. Wir wissen gar nicht, wie er reagieren wird. Doch, dieses Trockenfoto habe ich schon gegessen, einmal mit dir, wo du mich gezwungen hast, es zu probieren. Ach so, ja. Ja, nee, das ist der Leckerli, aber diesmal. Hey, Mann, ich... Fuckin' L. Ja, ich habe schon verloren, Digga. Du kannst mir eigentlich schon leckerli meine Fresse geben. Nein, das ist noch lange. Ich verloren, weißt du, warum? Weil die B-Flagge nicht gekämpft ist. Stimmt, das geht ein bisschen, ja. Stimmt. Der ist da oben, das ist wieder dieser... Hey, ich habe keinen Bock auf den, ne? Was ist denn mit ihm? Er denkt, er spielt hier gerade UMG um 10 Dollar, Mann. Zeig mir das Scoreboard. Ja, das geht, Digga. Hey. Du brauchst 18 Kills halt, ne? Du hast doch ewig Zeit eigentlich. Loih. Boah, Luftschlag, ich muss hier weg. Come on, jetzt bitte, Mann. Das ist halt das Ding, wenn man so einen Speedkill macht mit Hälfte, Hälfte. Da kommt so Flaggen an, da kommt so Leute an, die einfach so random reinjoinen, das dann einfach schwerer machen als den vorigen Spieler und hinter dir. Boah, Mann, Digga. Ich habe auch echt gerade behinderte Laufwege, Mann. Digga, solange dein Team nicht B sichert, schaffst du es eh, egal wie ich spiele. Schau mal bitte, wo er ist, Digga, ne? Guck mal, was er ausgepackt hat gerade. Hast du das gerade gesehen, wo er war? Absolut. Im Glitz steht er, Mann. Die sichern halt auch B nicht, ne? Naja, ich muss den... Ich in diesem Haus links, in dem die jetzt auch noch... Oh! Eui, eui, fuck, Mann. Ja, okay, solange sie nicht sichern... Wie viel brauche ich denn noch, Alter? Ich brauche echt viel noch, das ist... Chill, ich brauche noch Entvieh, Mann. Hey, der Typ ist zu krass, gell! Jetzt capturen die. Die Nate, die muss sitzen. Und? Boah! Noch einer? Ja, das haben sie... Du musst... Ja, weiß nicht. Nee, du musst... Nee, das ist sowieso gut, dass die die Flagge haben, ne? Weil wir in Führung sind, ne? Ja klar Oh, ich hab verähmt Ich hab ihn noch trotzdem Wir sind noch mehr am Heli Ja, ich kann's eh essen Was? Wieso denn? Du hast viel zu lange Zeit, Digga Du brauchst nur noch... Ich spiele aber so krass schlecht, das wäre echt endunverdient, wenn ich das jetzt gewinne Du hast schon besser gespielt Oder wir machen fli-fla-flu Du, wie du willst Bitte komm einfach Na ja, tschau Wir haben Jack Williams, Digga Bestes Gameplay auf YouTube Featuring Rollo Weasley Ne, ist dumm wenn ich's hol, ne? Nice Außen Boah Ich hab's schon Das ist ordentlich hier außen Luftverkommen, pass auf Was wer für Moves macht, ne? Kommt die Light auch und gibt sie da runter, alter Mann Leute Oma Oma Oh was Digga, ich kann nicht mehr reden, Oma 5 Wie viel brauch ich denn noch? Noch Endfield, wie kann ich nur... Wie viele kills hab ich bis jetzt? Nein, du warst schon Du weißt Ron, nicht hab Angst Warte ganz kurz, hier nur nur kurz Ron killen Ach Ron Digga Er ist zu krass, der Typ Ja Digga, du hast 24 Kills bis jetzt Du brauchst nur noch 8 Stück Acht? Das brauchst du schon Sieben Also jetzt brauchst du noch 8, denn das ist mehr als ich Ja, nur Unentschieden wären wir auch schon mal gut, dann teilen wir uns den Leckerli, okay? Nein, Unentschieden entscheiden die Tore, da hab ich auf jeden Fall gewonnen Jetzt brauchst du noch 7 1 6 Ja Digga, das ist leid eigentlich Wobei, so ein Slide ist das auch nicht, ne? 182, ja schon Nein, ich hab so gepanickt gerade, fuck Komm, komm, bitte man, ich hab keinen Bock da drauf Du hast echt Glück mit dem Dach Alle im Blue 4 Was ist das, Mann? 3 Ey, stark Es darf jetzt nur nicht Ronald von irgendwo kommen 2 Oh Mann, Digga Oh 1 Ey Digga, Mann Ja, nur du hast mehr als ich Mehr oder was? Oder Unentschieden? Gratuliert, ne Es war schon unverdient, Leute Ich bin jetzt echt Ich bin, bei sowas muss immer fair sein Hätte er so viel Zeit, hättest du safe mehr wie ich gemacht Du hast ja, Digga, du hast jetzt viel weniger Zeit Wir können ja mal nachgucken gleich Ich glaub ich hatte nicht One und das ist die Gegend Ja, das muss man halt, ja stimmt, okay Ja, wir hätten auch so 100 plus machen können, ne? Schon, ne? Wir haben ein bisschen besser gespielt, ja? Scheiße, Mann Ja, gönn dir, Bruder Ja, lächerlich, egal Warte, ich hab mir noch hier schön den von A Nice Ich will noch einmal Ron killen für meine Ja, komm, scheiß auf Ron, Alter Na gut, Leute, was ist das Gobot? Ich glaub, das brauchen wir gar nicht zeigen Ich glaub, ich hab 68, ja Also Massi hat 36 Kills gemacht, ich hab 32 Kills gemacht Ich glaub, du bist 19 Mal öfter gestorben Na Ron, Alter, er hat aber noch 32 Kills gemacht in einer Halbzeit, ne? Ja, okay Digga, nicht, dass das echt mein Team-Mate ist Boah, das ist... Der ist nicht gut noch hier Welches hast du erwischt? Welche Farbe? Kaninchen? Nein, weiß ich nicht Rind, Kaninchen oder Huhn? Ich hab das Rote genommen, ich hab Rind genommen Rind? Naum nach oben da Nein, das ist nicht gut Tschüss